Wie Sie unschwer erkennen können, gegessen und getrunken wird gerne und häufig, möglichst exotisch und so frisch wie möglich. Lauschen wir daher heute dem Lobgesang der Kältelogistik im KRONE COOLINER mit tatkräftiger Unterstützung der KRONE ISOWALL einer an jeder beliebigen Stelle des Kühlauffliegers positionierbaren Quertrennwand. Wie sieht diese Trennwand aus? Was ist deren Nutzen? Und wie wird sie bedient? Circa 80% aller temperaturgeführten Transporte sind Single-Temp Transporte, erfordern also nur einen Temperaturbereich. Also zum Beispiel eine komplette Fuhre Tiefkühlpizza. Nun sollen die Pizzen aber auf drei Filialen verteilt werden. und es ergibt keinen Sinn, wenn an Filiale 1 die ersten neun Paletten ausgeladen wurden, dann weiterhin den kompletten Frachtraum mit Minustemperaturen zu versorgen. Das hätte eine Abmahnung von Greta Thunberg zur Folge. Also minimieren wir den zu kühlenden Frachtraum mit Hilfe der KRONE ISOWALL. Die ISOWALL baut lediglich 140 mm hoch und wird per Magnet am Gleitschlitten gehalten. Bei ca. 45 Grad Neigung wird die Wand an die gewünschte Stelle geschoben, dann senkrecht gestellt und verriebt. Aber bitte keinesfalls die ISOWALL als Element der rückwärtigen Ladungssicherung verwenden. Dazu ist sie nicht konzipiert. Die ISOWALL ist keine Multimall. Angekommen an Filiale 2 wird die ISOWALL zunächst entriegelt und dann bitte nur an einem der zwei Haltegriffe ziehen und mit der anderen Hand gegen die Wand drücken. Dann gestaltet sich das Öffnen völlig problemlos und nahezu ohne Kraft. Und wenn die KRONE ISOWALL in einem Multitemp Transport eingesetzt wird, kann sie noch ein weiteres Ass ausspielen. Dazu aber später mehr in einem separaten Beitrag von KRONE TV. ARD Text im Auftrag von Funk